Hi zusammen, hier ist Mijo, hier ist Pavel und das Thema heute ist Neuralfilter in Photoshop. Bleibt dran! Mijo, unsere ersten Versuche mit Neuralfiltern waren ziemlich, wie soll ich sagen, strange. Ja, also Neuralfilter ist so eine separate Sektion in Photoshop, wo man mit künstlicher Intelligenz ganz besondere Resultate produziert. Gibt es jetzt schon seit, glaube ich, einem Jahr und wir haben bei den ersten Workshops, also gab es immer Fragen, ja, könnt ihr uns zeigen, was die können, weil es ja künstliche Intelligenz und wir haben uns immer einen Spaß draus gemacht, weil bei den ersten Neuralfiltern war es so, ich glaube, das war Smart Portrait, damals noch Beta und wir haben dann ein Bild von Pavel genommen und da konnte man einstellen, ne, ärgerlich, fröhlich und lange Haare, kurze Haare. Das sah gruselig aus. Ich erinnere mich, also ich mochte diese Bilder nicht, weil das war wirklich, also künstliche Intelligenz hat da wirklich versagt. Gut, es hat zumindest ein Ergebnis produziert, ja, es ist keine Giraffe daraus entstanden, aber ich konnte mir damals nicht vorstellen oder mit dem, was da geliefert wurde, nach dem Motto, kann das Teil eines in Anführungszeichen professionellen Workflows sein? Und ganz ehrliche Meinung, gut, heute geht es um Neuralfilter, aber hat es sich komplett gedreht, dass es jetzt sozusagen standardmäßig Teil vom Workflow ist? Spoiler Alert? Ne, eigentlich nicht. Bei so ein paar, zum Beispiel Tiefenunschärfe, zeigen wir jetzt auch gleich. Wir zeigen, glaube ich, drei Stück, Harmonisierung, Tiefenunschärfe und Landschaftsmischer, ich muss gucken, wie das heißt, aber ich glaube, die drei auf jeden Fall. Und ja, ist nett und bei vielen anderen hat man das Gefühl, boah, was geht denn jetzt ab? Ja, gut, also das ist wie bei allem mit günstlicher Intelligenz, es muss natürlich passen, ja, wenn wir zum Beispiel irgendwas nehmen, was definitiv nicht passt, dann wird das lächerlich aussehen, das wollen wir nicht, das wollt ihr natürlich nicht, aber es gibt Situationen, es gibt Bilder, wo es tatsächlich wunderbar funktioniert, also zum Beispiel diese Winterlandschaften, das fand ich geil. Ja, wobei man sich dann überlegen muss, ist das etwas, was tatsächlich bei der eigenen Fotografie wirklich so häufig vorkommt? Und das, was wir heute zeigen, die drei, das ist immer noch im Beta, das heißt, daran wird gefeilt, die Algorithmen müssen noch lernen und es muss noch besser werden. Und ich glaube, momentan gibt es fünf, die sind nicht Beta, also die sind ganz oben in der Liste und wenn ihr wissen wollt, was sozusagen noch in der Pipeline steht, ihr könnt immer dann bei so einem Filter angeben, findet ihr das Ergebnis gut oder schlecht? Das ist dann nochmal Feedback an Adobe und bei den Sachen, die in der Warteliste steht, nach dem Motto, habe ich da Interesse dran? Da gibt es zum Beispiel einen Filter, wo man so eine künstliche Langzeitbelichtung simulieren kann, um Rauschwasser zu bekommen und sowas ist zum Beispiel ganz nett, bei der Smartphone-Fotografie mit einem Live-Foto, da gibt es das schon eine ganze Weile. Funktioniert gut, also würde ich dort auch entsprechend gute Ergebnisse erwarten, aber heute, das ist alles noch Beta, ja, ich bin so ein bisschen, also immer noch Zwiegespalten. Ja gut, also das wird sich entwickeln und irgendwann mal kommt der Punkt, wo wir sagen, okay, bei einigen Bildern, wie gesagt, es funktioniert nicht überall, aber bei einigen Bildern ist es ganz interessant und speziell für diejenigen, die nicht zu viel rumdoktern wollen, an einem Bild so schnell billige Triumphe zu feiern, ja, das geht natürlich sehr schnell. Nehmen wir mal den Landschaftsmischer zum Beispiel, jetzt direkter Vergleich zum Beispiel zu Luminar, wo auch dann das Schild mit künstlicher Intelligenz sehr weit hochgehoben wird. Dort ist es ja so, die sind alle auf der gleichen Ebene, ich fange oben an, Lichter, Farben, Schatten und so weiter, dann kommt Sonnenstrahlen oder ich möchte Nebel haben oder Dunst haben im Bild und da hat man eher das Gefühl, es ist wirklich Teil vom Workflow. So, hier bei den neuralen Filtern, man macht sein Ding mit den Ebenen, Masken und so weiter und da muss man in eine separate Sektion nochmal extra Sachen runterladen und ja, es hat so ein Eigenleben und die Effekte sind halt immer noch teilweise sehr skurril und nicht so, das soll jetzt nicht negativ klingen, nicht so Mainstream, etwas, was ich häufig machen würde. Wie zum Beispiel, wann mache ich in meiner täglichen Praxis aus einer Sommerlandschaft eine Winterlandschaft? Also ich mache das täglich, ja. Jetzt in deinem Fall zum Beispiel, ne? Okay, wir wollen jetzt wirklich eine Sonnenuntergangsstimmung haben, wobei ich glaube, das gibt es bei einem Landschaftsmischer. Ich möchte Laternen anschalten zum Beispiel, möchte ein bisschen Dunsteffekt im Vordergrund haben. Das sind Sachen, die wir heute händisch machen, die man nur partiell und teilweise gar nicht bei den neuralen Filtern findet. Für mich so der Eindruck, das ist so ein bisschen Spielwiese, man lotet aus und wie gesagt, nach einem Jahr, ich glaube die ersten fünf, die sind jetzt nicht mehr beta, aber da muss noch irgendwann mehr kommen. Ja, aber wir machen jetzt folgendes, wir zeigen uns jetzt einfach mal drei Beispiele. Ja, ich hoffe, ich... Also Michael ist jetzt gefragt, also der wird auf jeden Fall zeigen, die Neuralfilter im Einsatz. Aber erwartet bitte nicht zu viel, ja? Ja, ja, gut, also wie gesagt, teilweise beta, es gibt auch schon fest verbaute Filter, aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Feature und was ihr daraus macht, entscheidet ihr. Also schaut euch das bitte an. Okay, schauen wir uns an, wie sich die Neuralfilters so hier und da ein bisschen gemausert haben. Wir haben die Neuralfilters bisher immer ausgeklammert, weil die Ergebnisse aus unserer Sicht zumindest eher humoristisch waren, als dass man sie wirklich in den Workflow einbauen konnte und professionell damit arbeiten konnte. Aber die Richtung, das Potenzial, das wird mehr und mehr deutlich und ich denke schon, dass manche dieser Neuralfilters das Potenzial haben, dass man öfters damit arbeitet, um brauchbare Resultate zu bekommen. Bevor wir zu den Neuralfilters gehen, noch eine Funktion, die jetzt mit dem neuen Photoshop da ist, die wir auch noch nicht gezeigt haben. Hier, das Bild kennt ihr vielleicht, unser Besuch bei Calomed, wo ich meine Kritikkarte zücken musste. Und wir haben hier drei Personen auf dem Bild und wenn man hier diese Ebene auswählt mit den Personen und das Motivauswahlwerkzeug ausgewählt hat, dann kann man, wenn man hier oben beim Objektfeind ein Häkchen setzt, dann einfach mit der Maus über das Bild gehen und alles, was blau eingefärbt ist, ist dann ein Objekt, das Photoshop erkennt. Und sobald ich dann hier auf so ein blau eingefärbtes Objekt draufklicke, dann bekomme ich die entsprechende Auswahl gesetzt. Man sieht hier auch natürlich, es ist nicht immer 100%, aber es ist eine brauchbare Vorschau und man kommt sehr schnell zu seiner Auswahl. Aber das sind nicht die Neuralfilters, die kommen jetzt. Entfernen wir die Auswahl mit STRG und D und überlegen uns, okay, was kann man hier mit diesem Bild machen. Es ist eine Handyaufnahme mit einem ganz kleinen, wenig Tiefenunschärfe, aber man kann die natürlich erhöhen, sodass es etwas hochwertiger aussieht. Wenn man das manuell machen möchte, gerade hier mit drei Personen und einem unruhigen Hintergrund, das ist deutlicher Aufwand. Und mit den Neuralfilters kann man das ein wenig beschleunigen. Gehen wir hin, Filter, Neuralfilters. Da wären wir. Die Funktionen, die wir jetzt zeigen möchten, befinden sich alle in der Sektion Beta, das heißt, da wird noch verbessert und geschraubt. Aber ich denke, ihr werdet überrascht sein über das, was als Ergebnis dann zu sehen ist. Hier bei dieser Personenaufnahme gehe ich auf Tiefenunschärfe und schalte diesen Neuralfilter erst einmal ein. Wenn ihr das das erste Mal macht, dann wird erst einmal ein Datenpaket runtergeladen, damit dieser Filter auch funktioniert. Und etwas, was ihr hier vielleicht schon gesehen habt, die Verarbeitung erfolgt nicht mehr in der Cloud, sondern hier auf dem Rechner, was eine deutliche Verbesserung ist und natürlich auch eine Geschwindigkeitserhöhung. Ihr seht jetzt hier schon das Ergebnis. Der Hintergrund ist jetzt hier, basierend auf der Tiefeninformation, die Photoshop erkannt hat, weich gezeichnet. Nicht übergleich stark, aber die Kanten sehen ziemlich sauber aus und das Bild wirkt gefälliger als vorher. Nun, das konntet ihr vorher auch schon machen. Nur auf der rechten Seite bei Tiefenunschärfe gibt es jetzt hier ein Häkchen, was man setzen kann, Motiv fokussieren. Ich vermute mal, hier erkennt Photoshop das Motiv und schützt das davor, weich gezeichnet zu werden. Und jetzt hier bei der Haarkante, das sieht relativ sauber aus. Nehmen wir das Häkchen mal weg, dann seht ihr, was ich meine. Das ist das Ergebnis, was man vorher bekommen hätte, in meinen Augen unbrauchbar, dadurch, dass Photoshop aber gleichzeitig mehr als ein Objekt erkannt hat. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann werden die geschützt und ich bekomme ein besseres Ergebnis als vorher. Dieses Ergebnis kann ich hier durch das Verändern des brennweiten Bereichs auch nochmal entsprechend anpassen und dann mit OK bestätigen und hier auch sagen, wie die Ausgabe erfolgen soll. Zum Beispiel in Form einer neuen Ebene oder in ein gänzlich neues Dokument. Sagen wir hier OK und haben den ersten Neural Filter angewendet. Ich zeige euch das Vorher-Nachher-Ergebnis ohne Bokeh und hier mit Bokeh erzeugt durch den Neural Filter. Und jetzt wird es noch ein kleines bisschen abgefahrener. Gehen wir zu diesem Bild hier. Wer unser Buch Moderne Landschaftsfotografie hat, der kennt dieses Foto vielleicht. Eine sehr alte Aufnahme, die wir in den USA geschossen haben vor Jahren. Und OK, fein, ist ein nettes Foto, aber das können wir verfremden. Und auch dafür gibt es jetzt einen neuen Neural Filter. Gehen wir in die Filtergalerie. Und das, was ich jetzt hier gerne benutzen möchte, nennt sich Landschaftsmischer. Schalten wir ihn an. Und jetzt gibt es hier verschiedene Presets, aus denen ich schon auswählen kann. Ganz wichtig. Sobald ihr ein von Menschen gemachtes Objekt im Bild habt, ein Gebäude oder eine Straße zum Beispiel, Finger weg, weil diese werden komplett verfremdet. Also reine Naturaufnahmen, sonst funktioniert es nicht. Nehmen wir dieses Foto und wählen eins dieser Presets aus. Zum Beispiel die Winterlandschaft. Auch hier, die Verarbeitung erfolgt auf dem Gerät und nicht mehr in der Cloud. Und das Ergebnis wird euch überraschen. Schaut euch das an. Das ist jetzt eine echte Winterlandschaft. Gut, im Himmel. Das ist jetzt, naja, nicht unbedingt perfekt. Aber es sieht wirklich aus wie Winter. Und unten hat man Schnee. Hier kann ich die Stärke dann entsprechend regulieren. Und von 100% Winter bis auf sozusagen leichter Frost sozusagen alles einstellen, was ich haben möchte. Oder ich sage, okay, jetzt nicht unbedingt 100% Stärke mit Winter, sondern ich möchte mehr Herbst haben. Dann bekomme ich dieses Ergebnis. Auch hier, Korrekturen sind manchmal durchaus angebracht. Aber setzen wir mal alles wieder zurück. Und nehmen zum Beispiel dieses Preset hier. Das lässt sich ganz gut anschauen. Ist eine deutliche Verfremdung im Vergleich zum Original. Und das könnte man eigentlich fast so lassen. Klar, die Freunde der realitätsbezogenen Fotografie, die sagen, es soll so aussehen, wie ich es fotografiert habe. Das ist nichts für euch. Aber es zeigt, was man im Prinzip machen kann. Das wäre jetzt der gerade Ausfall. Auch hier gibt es das Häkchenmotiv beibehalten. Aber ich empfehle jetzt nicht unbedingt, es bei dem Landschaftsmischer zu benutzen. Weil wenn ich das Original, also hier diese Felsformation im Original behalte und den Rest komplett verfremde, das wirkt dann meistens doch ein wenig sehr seltsam. Hauen wir hier mal ein bisschen mehr Sommer rein. Dann kommen wir wieder einem Ergebnis näher, was ich durchaus als brauchbar ansehen würde. Gehen wir auf OK und wenden uns dem dritten Beispiel zu. Ich weiß, das ist jetzt kein hochkarätiges Composing. Es geht um das Darstellen der Funktionsweise des Neural Filters. Ich habe jetzt hier auch ein Hintergrundfoto, was wir im Buch Moderne Landschaftsfotografie drin haben. Und ich habe jetzt einfach mal einen Papagei draufgesetzt. Und dieser Papagei hat jetzt eine andere Licht- und Farbstimmung als der Hintergrund. Wir haben in anderen Videos auch gezeigt, wie man Farb- und Lichtstimmung von eingesetzten Objekten mit dem Hintergrund angleichen kann, sodass es aussieht, so als ob der Papagei von Anfang an da gewesen wäre. Wobei, ich glaube, da wird nie ein Papagei fliegen im Algonquin National Park in Kanada. Sei es drum. Gehen wir jetzt hier in die Neural Filters. Also Filter, Neural Filters. Und das Feature, was ich euch jetzt zeigen möchte, nennt sich Harmonisierung. Schalten wir das an. Wir sind jetzt auf der Ebene mit dem Papagei. Und ich muss jetzt sagen, okay, die Licht- und Farbstimmung von welcher Ebene gilt für den Papagei. Das ist jetzt hier die Hintergrundebene. Und dann werdet ihr feststellen, der Papagei müsste jetzt ein kleines bisschen dunkler werden, ja, und von der Farbtemperatur deutlich kälter als vorher. Das ist die Harmonisierung zwischen dem eingesetzten Objekt, dem Papagei, und dem Hintergrundbild. Das bestätige ich mit okay. Jetzt haben wir ein ganz nettes Ergebnis. Aber gehen wir zusammen noch einmal auf die Hintergrundebene. Ich blende jetzt mal die beiden Papageien aus. Dupliziere die Hintergrundebene mit STRG-J und gehen wir nochmal rein. Filter, Neural Filters. Ein letztes Mal gehen wir zum Landschaftsmischer. Schalten den ein. Und was hier nett ist, wir haben eine Wasseroberfläche, die als Spiegel dient. Und dafür gibt es ein eigenes Preset, nämlich das hier. Und ihr werdet sehen, ja, das sieht sogar gar nicht schlecht aus. Das funktioniert. Klar, man kann jetzt hier die Schatten etc. nochmal erhöhen. Oder auch hier die Stimmung noch ein wenig anpassen. Das sieht ganz nett aus. Aber es ist halt immer der gleiche Himmel und die gleiche Lichtstimmung. Wer von euch Luminar AI hat, der weiß, in Luminar AI kann ich den Himmel austauschen und gleichzeitig die Spiegelung anpassen. In Photoshop kann man das manuell machen. Also den Himmel austauschen, das geht automatisch. Aber die Wasserspiegelung austauschen oder eine Wasserspiegelung erzeugen, das muss man nach wie vor manuell machen. Nicht ganz. Weil, Achtung, ich kann jetzt hier alles zurücksetzen. Gehen wir mal auf Benutzer definiert und wählen ein Bild aus. Bild von Computer auswählen. Ich habe jetzt mal eins ausgesucht, ein Himmel und sagen, dieses Bild verwenden. Und voila, wir haben einen ausgetauschten Himmel. Natürlich nicht alles. Und wir haben eine Spiegelung unten im Wasser, die automatisch von Photoshop mit eingesetzt worden ist. Ich kann jetzt hier natürlich auch hier den Sonnenuntergang etwas verstärken. Verstärken, sagen wir hier ein bisschen mehr Frühling. Und dann haben wir ein komplett anderes Bild. Ich gebe das Ganze in eine neue Ebene aus. Aber ihr seht, es ist nicht hart Himmel ersetzen und hart die Spiegelung ersetzen, sondern es wird komplett eigens berechnet. Ich habe also keine hundertprozentige Kontrolle über das Ergebnis. Und das Ergebnis ist immer eine kleine Überraschung. Aber zum Ausprobieren nicht schlecht. Und die Spiegelung, wie gesagt, wird gleichzeitig mit berechnet. Hier ein kurzer Vor-nachher-Vergleich. Also das wäre jetzt ohne den Neural Filter das Original. Und das hier ist mit dem Neural Filter, mit ausgetauschtem Himmel. Wobei links oben wäre mir zu heftig, müsste man nachkorrigieren. Unten mit der Spiegelung und hier mit eigentlich sehr attraktiven Lichteffekten und Farbeffekten in der Waldlandschaft. Also ihr seht, es sind zwei, drei Sachen dazugekommen, mit denen man tatsächlich arbeiten kann. Ich denke, es wird auch noch einige Zeit brauchen oder verstreichen, bis solche Sachen wirklich ein grundlegender Bestandteil eines Workflows sein können und werden. Ihr habt auch gesehen, das, was ich ausprobiert habe, das hat immer noch Beta-Status. Das heißt, es wird immer weiter verbessert, sodass wir uns auf weitere Möglichkeiten mit den Neural Filters in der Zukunft freuen können. Spielwiese hin oder her, also ich finde es interessant auf jeden Fall und ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht mit Neural Filtern. Ich auch. Ich kann mir nur vorstellen, dadurch, also bei einer normalen Funktion, das programmiert man, das testet man, dann ist es fertig und es wird ausgeliefert und es wird genutzt. Und bei den Neural Filtern, die müssen ja, also A, stimmt das Konzept, stimmt die Stilrichtung, erreicht man die Zielgruppe und dann lernen die Algorithmen. Also man ist jetzt am Anfang nicht fertig. Wenn der Code fertig ist, gut, die funktionieren sowieso anders, aber das Lernen ist ja nochmal ein ganz anderer Schritt und das dauert auch nochmal extra. Insofern, ja, da wird noch einiges mit der Zeit kommen, aber es ist aufwendig. Auf jeden Fall. Ja, das war es dann für heute. Also wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst ein Like, abonniert unseren Kanal, werdet Mitglied unseres Kanals, weil Kanalmitglieder unterstützen uns bei unserer Arbeit. Und ja, schaut einfach andere Videos auf unserem Kanal an. Wir haben schon, ich habe schon aufgehört zu zählen, aber 600, ist egal. Genug. Ja, und wir haben auf jeden Fall schöne Produkte bei uns im Shop, wo man Photoshop lernen kann, Lightroom, wir haben Presets, Aktionen, wir haben Workshops, Bücher, wir haben Farbprofile. Und ganz, ganz viele. Nur Toaster haben wir nicht. Noch nicht. Ganz viele Präsenz-Workshops fürs nächste Jahr. Auf jeden Fall. Und wer noch nicht abonniert haben sollte, also die Mehrheit der Leute, die zugucken, haben unseren Kanal nicht abonniert. Wenn ihr Bock auf mehr habt, gerne bitte abonnieren. Ja, dankeschön. Also dann, bis zum nächsten Mal. Seid fleißig, experimentiert mit Neuralfiltern oder mit dem, was euch Spaß macht und vergesst nicht, Oma zu grüßen. Und wir trinken jetzt eines darüber nach. Einen Neuralen-Drink. Einen Neuralen. Das wird gefährlich, ja. Aber ist egal. Ciao. Einen Neuralen.